Lisa, das wird ein schwerer Ritt jetzt für mich. Ich muss mir allein die beiden Mädchen, das war Absicht. Jetzt sagen wir erst mal Hallo an der Stelle. Bibi Blocksberg kennt man ja schon seit 20 Jahren. Im Frühjahr kam dann der Film Bibi und Tina in die Kinos. Ein Riesenerfolg, 1,3 Millionen Leute haben ihn gesehen in den Kinos. Hier sitzt der Regisseur und da die beiden Hauptdarstellerinnen. Warum? Weil jetzt der zweite Teil in die Kinos kommt. Und jetzt versuche ich es mit den Namen. Lina Larissa. Und jetzt Lisa Marie. Genau. Ich hab's. Und Detlef Buck. Das war einfach. Das ist auch einfach Lina und Lisa. Oder Bibi und Tina. Nein, ich mach das jetzt mit Lina und Lisa. Bibi und Tina ist das noch so. So, jetzt aus eigener leidvoller Erfahrung Mutter eines Pubertierenden. Wie ist das zu drehen mit zwei jungen Frauen an der Stelle? Man soll einfach das, sie soll sich verhalten wie immer. Also, ich geh mit Kindern oder mit Jugendlichen genauso um wie mit Erwachsenen. Da mach ich eigentlich keinen Unterschied. Weil, warum, oder? Ja. Wie war das mit ihm? Ich finde, das geht gut. Das geht gut? Ja, er ist echt gelassen am Set, finde ich. Also, er steht auch unter Strom, dann, weil er es ja auch hinkriegen will. Aber, ähm, trotzdem, er schreit nicht rum oder motzt nicht rum. Lob dafür aber auch nicht. Nö. Das wäre jetzt auch ein bisschen viel. Ja, wir haben ja genug zu tun. Aber man weiß zum Beispiel, woran man ist. Also, von daher. Darüber werden wir gleich mehr erfahren. Jetzt gucken wir uns erstmal ein paar Ausschnitte aus dem Film an, damit wir wissen, was es gibt. Okay. Quietschbund und schön frech geht es bei Bibi und Tina zu. Die beiden pferdeverrückten Freundinnen haben wieder alle Hand um die Ohren. Auf dem Martinshof bleiben die Gäste aus. Es ist nicht so viel los hier, wa? Nein. Das ist wirklich blöd. Eine Mähne, dicke Kälber. Heu verstaut sich jetzt von selber. Ja, ja, aber Ferienkinder kannst du nicht hexen, ne? Daraufhin rühren die Mädchen erfolgreich die Werbetrommel für den Reiterhof. Na? Was ist das? Eine Tür. Ja, der scheint dich ja schon mächtig beeindruckt zu haben. Nein? Ach so. Die junge Hexe ist zum ersten Mal so richtig verliebt. Und dann ist da noch der Einbruch auf Schloss Falkenstein. Bibi und ihre Freunde helfen mit, den Raub um die verschwundenen Gemälde aufzuklären. Oh, die Bilder hören und auch die Musik hören und sehen sich nach ganz viel Spaß an, ja, reiten, Hexen, singen. War es auch so viel oder wie war es wirklich? Es war total spaßig, also es war wieder total entspannt. Wir hatten viel Spaß in den Pausen auch mit dem Team auch nach der Drehzeit. Das klingt, als wäre es überhaupt nicht anstrengend zu Schauspielern. Na, also es ist schon anstrengend, gerade das Aufstehen von morgens ist anstrengend. Nachmittag ist es auch anstrengend. Nicht so lange zu konzentrieren ist anstrengend, aber es macht einfach auch total viel Spaß. Es ist ein schöner Sommerurlaub, also von daher. Sommerurlaub? Irgendwas ist doch schief gelaufen. Wieso? Nee, dann war alles richtig dann an der Stelle bei den Dreharbeiten. Ja, das ist, große Schauspieler sagen ja auch, ich werde bezahlt fürs Warten und das Schauspielen kriegen sie umsonst. Also letztendlich ist es ja ein Wohlfühlfilm und da kann man ja nicht unter Stress machen, obwohl wir ja nicht viel Drehzeit hatten. Aber es hat auch gut geflutscht. Also was auffällt ist, dass der Film unglaublich überzeichnet ist in den Farben, also poppige Farben, total skurrile Figuren. War das Absicht? Was steckt dahinter? Was war die Botschaft? Na, das ist alles Absicht. Natürlich. Das ist nicht zufällig passiert. Oh Gott, wie ist uns das denn passiert? Also Bibi und Tina ist ein Comic und Bibi ist eine Hexe. Die kann hexen. Da kann man nicht mit Naturalismus rangehen. Das wäre dann falsch. Und deswegen ist das ein Popfilm. Es wird ja gesungen, getanzt. Es wird Verfolgungsjahre, es ist Action. Und dadurch knallt es eben ein bisschen mehr. Aber klar ist die Bibi, die man so kennt aus den letzten zwei Jahrzehnten eine andere als die, die wir jetzt gesehen in diesem Film. Ja, Gott sei Dank. Man kann ja nicht, also nichts dagegen, dass Menschen so Dinge haben möchten, wie sie immer sind, einen Weihnachtsbaum und so. Aber auch letztendlich die Zeit verändert sich ja auch und dann kann man, letztendlich die Bildsprache verändert sich und dann muss es auch moderner werden. Und Bibi ist eben moderner jetzt. Aufgefrischt. Aufgefrischt. Für euch ist das gut so, dass diese Bibi eine andere ist? Klar. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, ich fand die Kassetten natürlich früher total toll und sind ja auch jetzt immer noch schön, aber sie waren halt so sehr altband. Und das, wie die reden, das ist halt dann schon jetzt für die Kleinkinder, die jetzt dann damit aufwachsen würden, glaube ich, schon ein bisschen zu halt. Und dann haben wir jetzt dann auch schon eine neuere Sprache, die auch noch ein bisschen cooler rüberkommt, glaube ich. Also es passt. Der erste Teil in den Kinos war ein Riesenerfolg. Wie hat sich euer Leben verändert seitdem? Hat es sich verändert? Gar nicht so großartig, wie man, glaube ich, denkt. Also in der Schule wird nicht viel drüber gesprochen. Das ist uns, glaube ich, ganz recht. Auf der Straße wird man ab und zu erkannt. Aber ansonsten, sobald ich halt nach Hause fahre, bin ich Lisa und nicht mehr Tina oder die Lisa, die halt irgendwie Filme dreht. Die beiden klingen unglaublich professionell schon. Das ist wie ein Beruf wie jeder andere, offenbar für die beiden. Letztendlich stehen wir mit beiden Füßen im Leben. Das ist ja auch gut. Ich finde nichts schlimmer, wenn man jetzt sagt, okay, man macht einen Film und pusht sich so faul und sagt, das soll mein Ehrenlebensinhalt werden. Und beide sagen ja auch, mal sehen, was kommt. Und das ist, glaube ich, besser, als wenn man sich zu sehr unter Strom setzt. Die Musik im Film ist von Peter Platte. Wie wichtig war Ihnen die Musik? Komplett wichtig, weil es fängt mit Bibi und Tina ja an und habe gesagt, ich mache das ein bisschen wie Glee oder so, dass man sagt, man deinst mal mit ab. Und wir haben da super Songs reingemacht und das soll Spaß bringen. So, dann die Frage noch an alle drei, wenn ihr euch zu Weihnachten was zaubern könntet, Hex, Hex, was wäre das denn jetzt? Schnee. Schnee? Schnee. Ja, viele Sachen eigentlich. Du hast nur einen Wunsch jetzt. Ja, keine Ahnung. Was Materialistisches. Ja, ich hätte gerne Superkräfte. Superkräfte? Und Herr Buck hätte gerne einen guten Start am 25. Jetzt 12. Das ist selbstverständlich, glaube ich, das kann ich nicht erzwingen, auch nicht Hexen, das ist mir auch zu doof. Ich wünsche mir Toleranz, weil dann hat man kein Problem, weil wenn sich alle tolerieren würden, dann hätten wir überhaupt kein Problem auf der Welt. Vielen Dank, Detlef Buck und an euch beide, dass ihr heute Morgen da war, zu früh aufgestanden seid, am 25.12., also übermorgen ist Start in den Kinos. Bibi und Tina, Teil 2, voll verhebst. Ja.